so gucken ob der speichelstand noch da ist oder ob alles zerfetzt ist mal wieder von vorne anfangen müssen oder nicht erwarten und teet trinken muss man ganz kurz in der einstellung machen was passiert oh wir kommen an derselben stelle raus jawoll das ist doch mal schön hat die dame was neues zu sagen nein nein ich bin nicht bereit weil ich hab nix aber das teil sieht einfach fies aus oder haben wir jetzt weg gehauen auf sie kommt wieder da haben wir den anderen shell ich weiß auch mittlerweile dass wenn man die das hauptspiel spielt dass man wohl noch zwei shells hier rumliegen hat und die dann verwenden kann so also wie es aussieht ja die anderen sind wieder da das ist natürlich scheiße mal gucken ob wir mal locken können mit ein bisschen musik ach da holen wir gleich zwei na dann das war natürlich jetzt eine kunst noch schwerer geworden oder das ding funktioniert schon wieder nicht mein ding das war bestimmt hier und weil wir ausdauer verloren haben ach jetzt habe ich das falsche getrunken nach mensch wo ist dann der pilz gar kein pilz mit da ah ja wir nehmen mal die andere sehr schön wo ist dieses große fiegel da ist es das ist wieder so bemerkenswert wenn der hingeht und sich die schwerte aus dem leib raus zieht das sieht so fucking geil aus der zieht die raus und wirft sie einer entgegen und nochmal lecker aus dem herz toll und hat mich getroffen wie hat er mich durch die mauer getroffen schnell wieder rein ins ding mal volles leben hier klappt das ausweichen nicht ja nee da hopft er wieder seinen kopf ab und wirft uns entgegen und wir verrecken an der blöden und blöden scheiß gift ich sparte mich mal weg und hoffe nicht zu sterben doch ich sterbe zack aber bin gleich vorne jetzt wollen wir mal gucken jetzt sind gleich bestimmt die ganzen monster wieder da ich gehe mal davon aus da hat sich nichts geändert Untertitelung des ZDF, 2020 gleich konsumiert naja, sie sind wieder da also entweder ist das ein Feature oder das haben sie immer noch nicht rausgepatcht schade was passiert denn mit dem hier keine Ahnung Gimps of Wisdom diese scheiße Vampir-Wing-Funktion hier war doch irgendwo ein Pilz wo man mit dem Pilz noch finden gleich ein bisschen heilen was gibt das da schade 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 Ja, Sie haben es zwar geupdatet, es läuft alles ein bisschen runder und trotzdem alles am... alles kaputt kann man machen nix Vielen Dank! Vielen Dank. Moin moin. Hoffe alles gut bei dir. Ich denke du kannst mich wahrscheinlich auch nicht hören, aber ist kein Problem. Hast mich bestimmt auch auf mute. Ja gut, dann geht's mal weiter. Ja, versuchen wir mal unser Bestes hier. Ja gut, dann geht's mal weiter. Guck mal los, mal gucken. Oh yes. Oh, wieder der Pilz. Hallo, leben. Komm zurück. Live, come back. Come on. Okay, ich bin zu weit weg. Ich denke, das interessiert ihn nicht. I guess he doesn't hear me. He's not coming. Er kommt nicht. Ach nein, 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 nein. Ah nein, das Falsche. Oh, ich kann irgendwas bauen, oder was? Upgrade, upgrade. Kann ich den Upgrade? Nix. Upgrade ist doch schon da. Nochmal einen Pilz mitnehmen. Also, das ist eine unheimlich geile Grafik. Und alleine schon die Vizierung der Wände hier. Freaking hell, yeah, baby. Nein, das ist richtig gut gemacht hier. Aber ist unheimlich schwer. Oh, jetzt kommt's. Oh, 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 jetzt. Jetzt wird's böse. Jetzt zieht's die Messe aus dem Bauch. Jetzt muss ich weg. Komm, um die Ecke. Komm, hier in den Saal. Ich muss wenigstens ein bisschen ausweichen. Oh, come on. Put, 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 put. Oh, komm ich noch zurück in meine Schale. Oh, 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 oh. Ja. Da robbt er wieder seinen Kopf auf. Oh, shit. Shit. Ich bin schon wieder vergiftet. Oh. Ich hatte doch Pilze. Wo sind meine Pilze? Ich hab die automatisch genommen. Komm, ich hab doch jetzt hier schon wieder tausend Tote. Pilze hat's automatisch genommen. So ein Dreck. Jetzt bleiben wir hier bei der Lady stehen, falls ich sterbe. Oh, that's gonna be close. I'm gonna die. Oh, oh. Und alles wieder von vorne. We're gonna do it again. Oh, man. Das ist so schwer, das Spiel. Hm? Hm? Okay. Echt schwer, echt schwer, Mann. Hm? 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 Also die guten Sachen funktionieren gerade nicht in der Demo. Dann machen wir jetzt noch einen Lauf. Und wenn wir das nächste Mal sterben, gibt's erstmal eine kleine Pause. Und, ähm, dann werde ich Immortalshell beenden, mit dem zweiten Teil. Und, ähm, dann entweder nochmal mit Paladins oder vielleicht sogar mit Planet Zoo eine kleine Runde starten. Warum hat der sich jetzt gesetzt? Warum hat der sich jetzt gesetzt? Was soll denn der Mist? Habe ich doch gar nicht geklickt. Ach! Ich habe meine Gitarre verloren. Ich habe meine Gitarre verloren! Ja, ich habe die irgendwie verloren. Ich habe meine Gitarre verloren. Ich will meine Gitarre wieder haben. Wo ist meine Gitarre hin? Also Leute, ich habe meine Gitarre verloren. Okay. Ich habe mich angepisst. Ihr habt meine Gitarre geklaut. Alter! Stirb! Mann, behalte deinen Scheißkopf bei dir. Verrecke ich schon wieder, Mann. Der Pilz, der reicht doch nicht. Ist ja nicht so, als wenn er nicht schon tot wäre. Nee. Muss er nochmal sterben. Weil er scheiß Kopf vergiftet ist. Also das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Können wir uns sehen. Okay. Achso, ja, das muss ich auch mal teilmachen. Ganz klar. Toll. Weiß ich ja schon. Trotzdem, gehe ich drauf. Ach, das ist einfach zu schwer, Leute. Es ist einfach zu schwer. Ich weiß, es gibt ein paar, die haben es drauf. Die ziehen es durch. Gehen durch. Hier durch die ganzen Dungeons. Sind schon bei der Brücke. Ich glaube, das ist Teil 5 oder so. Ich kriege es nicht hin. Ich habe auch noch nie Dark Souls gespielt. Wahrscheinlich liegt es da dran. Ja, wahrscheinlich denke ich zu kompliziert. Aber ich verhau auch ständig die Einsätze hier. Und dann ständig sind diese komischen Viecher wieder da. Also, du fängst ja, beides gesagt, immer wieder von Null an. Außer du fliegst aus dem Spiel. Wenn du aus dem Spiel rausfliegst, dann sind sie tot. Really crazy. Oh, look at that. Pfoo. Und so, es beginnt wieder. Oh. Also, my cam is out and I don't know why. Ja, sorry. Die cam hat sich verabschiedet. Keine Ahnung warum. There we go again. Okay. 5 Sekunden lag. So. Aller allerletzter Versuch. Dann kommt die Pause. So. Er hätte einen Flug treffen müssen. Ich sollte ihn fliegen. I just suck. Meine Gitarre ist weg, ein Pilz gibt es im Moment auch nicht, no mushrooms to get fit again. Okay, I'm gonna die this time and then I'll go on the break. So, let me find you guys some good music and I'll be back in 15 minutes. 15 Minuten.